Hallo ihr Lieben. In diesem Video werden wir uns mit dem letzten Fenster, Abspaltung von Linearfaktoren, beschäftigen. Dabei solltest du wissen, wie man eine Polynomfunktion in ihre Linearfaktoren zerlegt und wie man die Nullstellen einer quadratischen Funktion berechnet. Das Ziel dieses Videos ist es herauszufinden, wie man die Nullstellen einer Polynomfunktion durch Zerlegung ihrer Linearfaktoren berechnen kann und wie man die Nullstellen einer Polynomfunktion mit Hilfe von Polynomdivisionen berechnen kann. Fangen wir an. Wir suchen die Nullstellen x1, x2 und x3 der kolynischen Polynomfunktion f mit der Funktionsgleichung f von x ist gleich 8x hoch 3 minus 38x² plus 23x plus 42. Wir haben schon eine Vermutung, dass x1 ist gleich 2 eine Nullstelle von f sein könnte. Überprüfe das zunächst und zerlege danach die Funktion in ihre Linearfaktoren. Okay, also um zu überprüfen, ob x1 gleich 2 wirklich eine Nullstelle von f ist, ist es ganz einfach, indem wir f an der Stelle 2 ausrechnen. Und das ist gleich 8 mal 8 minus 38 mal 4 plus 23 mal 2 plus 42 und das ist tatsächlich 0. Das heißt, x1 ist gleich 2 ist auch tatsächlich eine Nullstelle. Weiter geht's. Also, wir müssen jetzt diese Funktion in ihre Linearfaktoren zerlegen. Das heißt, wir wissen schon, wie wir hier vorgehen müssen. Das ist gleich zunächst 8 mal x minus 2 mal x minus x2 mal x minus x3, da wir die nächsten zwei Nullstellen ja noch nicht kennen. Gehen wir weiter. Wir haben jetzt die Funktion in ihre einzelnen Linearfaktoren zerlegt und um jetzt die nächsten Nullstellen herauszufinden, müssen wir die Funktion durch x minus 2 dividieren. Falls du nicht weißt, wie das funktioniert, schau dir bitte das Arbeitsblatt Polynomdivision an. Also, wir haben die Funktion 8x hoch 3 minus 38x² plus 23x plus 42 und dividieren sie durch x minus 2. Pausiere jetzt bitte das Video und führe diese Polynomdivision zunächst selber durch. Okay, fangen wir an. Also, als ersten Faktor haben wir 8x² und wir berechnen 8x² mal x minus 2 und wir erhalten 8x hoch 3 minus 16x². Jetzt rechnen wir minus der oberen Zeile und erhalten minus 22x² plus 23x plus 42. Als nächsten Faktor haben wir minus 22x und das multiplizieren wir eben mit x minus 2 und erhalten minus 22x² plus 44x. Wieder minus der oberen Zeile und wir erhalten minus 21x plus 42. Das heißt, der nächste Faktor ist minus 21. Und wieder multipliziert mit x minus 2 erhalten wir minus 21x plus 42 minus der oberen Zeile und wir haben 0 Rest. Das heißt, nach Division durch den Linearfaktor x minus 2 erhalten wir 8x² minus 22x minus 21. Um jetzt die letzten Nullstellen der Funktion f zu berechnen, brauchen wir ganz einfach nur die Nullstellen der Funktion 8x² minus 22x minus 21 zu berechnen. Basiere dafür bitte das Video und mache das selber. Okay, also wir werden hier die große Lösungsformel verwenden. Das heißt, x2, 3 ist gleich 22 plus minus die Wurzel aus 484 plus 672 durch 16. Und das ist gleich 22 plus minus 34 durch 16. Und daraus erhalten wir, x2 ist gleich 7 halbe und x3 ist gleich minus 3 vierte. Also können wir die Funktion f von x jetzt auch anschreiben als 8 mal x minus der ersten Nullstelle 2 mal x minus der zweiten Nullstelle 7 halbe mal x minus der dritten Nullstelle minus 34. Damit sind wir auch schon fertig. Ich hoffe, du hast dir in diesem Videozyklus viel mitnehmen können. Bis zum nächsten Mal.